Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich dir meine DFB-Pokalprognose für das Viertelfinale geben möchte. Und es ist wirklich sehr, sehr spannend. Die Bayern sind ja schon nicht mehr dabei und es sind trotzdem noch hochkarätige Mannschaften dabei. Aber auch Underdogs, muss man ganz ehrlich sagen, wo man wirklich ja teilweise überrascht ist, dass die jetzt immer noch dabei sind im Viertelfinale. Es gibt ja kein Rückspiel und wir sehen diese vier Partien hier. Ja, in Regensburg gegen Werder Bremen, Mönchengladbach gegen BVB, RWE, also Rot-Weiß-Essen gegen Holstein-Kiel und Leipzig gegen Wolfsburg. Und wir haben auch schon in der dritten Runde gesehen, dass das Ganze durchaus hier Mannschaften sind, die einiges leisten können. Leipzig 4 zu 0 gewonnen, BVB 3 zu 2, ja etwas knapp, muss man ehrlich gesagt sagen. RWE, riesen Überraschung gegen Leverkusen und Gladbach ein bisschen schwer getan gegen den VfB Stuttgart. Und ja, Jan Regensburg auch einigermaßen durchgekommen. Ja, wir fangen gleich mal an. Direkt mit Jan Regensburg, wie eben gerade schon angesprochen, gegen Werder Bremen. Und ich zeige euch hier nicht nur die Ergebnisse, sondern auch ganz genau, wie ich denke, dass der Spielverlauf sein wird. Und ja, bei dem Spiel denke ich, dass es Werder Bremen machen wird, Jan Regensburg dann doch vielleicht ein bisschen zu unterlegen, gerade vom Niveau her, wie sie spielen. Auch wenn die Bremer natürlich ja auch nicht unbedingt mit Konstanz glänzen. Aber ich denke, dass es hier auch sinnvoll sein könnte, unter 3,5 Toren zu wetten. Denn das Ganze sollte nicht so torreich werden, gehe ich davon aus. Und ich denke tatsächlich auch, dass die Bremer dann logischerweise bei weiterkommen werden. Ich denke auch nicht, dass die Regensburger ein Tor schießen werden. Also wie gesagt, Bremen nicht ganz so konstant, muss man ehrlich sagen. Aber trotzdem hinten, denke ich, lassen sie nichts zu. Und in der ersten Halbzeit dürfte das für mich, für meine Begriffe noch ein Unentschieden sein. Vielleicht sogar ein 0 zu 0 in dem Fall, weil ich würde nämlich insgesamt auf ein 1 zu 0 für Bremen tippen. Und würde aber als Absicherung, du siehst es hier, denn sie ist eine Halbzeit-Endstand-Wetten nehmen, wo dann eben gewettet wird mit sehr, sehr hohen Quoten, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, dass die erste Mannschaft zum Beispiel in der ersten Halbzeit in Führung geht, dann aber die zweite Mannschaft das Spiel gewinnt. Und das ist immer so eine ganz schöne Absicherung, wo man einen kleineren Betrag draufsetzen kann, aber eine hohe Quote hat. Und gerade bei so gleichwertigen Mannschaften wie Jan Regensburg wie gegen Werder Bremen, denke ich, macht das Sinn. Ja, wenn man jetzt bei Gladbach und Dortmund sich das anschaut, dann sehe ich hier auch relativ ausgeglichene Mannschaften. Beide Mannschaften international gut unterwegs, aber auch national gut unterwegs. Wobei Dortmund ja immer wieder ein bisschen schwächelt, aber auch Gladbach hat ja einen einen oder anderen Hänger drin. Ich glaube, es gibt über 2,5 Tore. Das dürfte sehr, sehr spannend werden. Das Spiel ist sehr, sehr torreich, meiner Meinung nach. Und ich glaube, letztendlich kommt dann aber der BVB weiter. Auch wenn die natürlich nicht so richtig glücklich sind, was so die nationale Leistung angeht. International schaut das ja doch wieder ein bisschen anders aus, aber in der Bundesliga schwächeln sie ja auch ein bisschen. Ich glaube, in der ersten Halbzeit gehen sie in Führung, die Dortmunder. Und letztendlich in der ersten Halbzeit auch schon ein kleines Torfeuerwerk mit über 1,5 Toren. Also die beiden Mannschaften werden sofort rein starten ins Spiel. Volle Kanne offensiv und letztendlich denke ich, dass es dann 2 zu 2 ausgehen wird. Wie gesagt, beide Mannschaften offensiv richtig, richtig bärenstark, tolle Spieler. Und auch hier würde ich sagen, macht so eine Absicherung durch eine Halbzeit-Endstandwette Sinn. Wie gesagt, beide Mannschaften auf einem Niveau. Es kann durchaus sein, dass die eine Mannschaft in der ersten Halbzeit in Führung geht und dann die andere Mannschaft aber gewinnt. Und das ist doch hier bei solchen Spielen, die sehr, sehr ausgeglichen sind, immer eine tolle Möglichkeit, um sich abzusichern. Ja, dann Rot-Weiß Essen gegen Holstein Kiel. Die Kieler natürlich als Bayern-Besieger quasi hier klarer Favorit, auch wenn das natürlich schon wieder ein bisschen her ist. Trotzdem, nichtsdestotrotz hier klarer Favorit für mich. Man sieht es auch an der Quote, auch für die Buchmacher sind die Kieler die Favoriten. Und diesem Ruf werden sie hoffentlich auch gerecht. Sie sind eine tolle Mannschaft und ich denke, dass es hier sogar über 1,5 Tore geben wird. Und ich würde den Kielern sogar einen Handicap-Sieg zutrauen gegen die Essener. Auch wenn es nur ein 1-0-Handicap ist, denke ich trotzdem mit einer 2-8er-Quote sehr, sehr gut bezahlt. Und letztendlich logischerweise auch, wer kommt weiter? Natürlich Kiel für mich, klarer Favorit. Und ich denke auch nicht, dass die hinten einen kassieren werden. Also in dem Fall treffen nicht beide. Und in der ersten Halbzeit dürfte das Ding auch schon in Richtung Kiel gehen. Das heißt, dass die erste Halbzeit von Kiel dominiert wird und dann auch gewonnen wird. Letztendlich als Ergebnis ein 2-0. Und auch hier würde ich jetzt dann keine Absicherung nehmen über so eine Halbzeit-Endstandwette. Sondern wirklich tatsächlich hier nur darauf vertrauen, dass die Kieler wirklich ihre Dominanz ausspielen. Und hier tatsächlich dann im Viertelfinale gegen Essen nochmal zeigen, was sie können. Ja, dann das letzte Spiel, nämlich RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg. Muss man sagen, zwei Mannschaften, die super spielen, auch in der Bundesliga. Und letztendlich aber meiner Meinung nach die Leipziger ein bisschen abgebrühter, ein bisschen konstanter. Auch wenn die Wolfsburger richtig gut spielen und nicht umsonst im Viertelfinale spielen. Ich denke, es wird über 1,5 Tore geben. Beide Mannschaften auch auf einem ähnlichen Niveau, wie gesagt, auch sehr offensiv stark. Gerade was die Leipziger angeht. Und ich denke auch, dass die Leipziger deswegen weiterkommen werden, weil sie insgesamt einfach die bessere Mannschaft sind. Auch wenn das keine wirkliche Dominanz sein wird, meiner Meinung nach. Denn ich denke auch, dass beide treffen werden. Also die Wolfsburger nicht zu unterschätzen. Und ich glaube aber, in der ersten Halbzeit wird das noch so ein bisschen ein Abtasten sein. Wo beide Mannschaften sich hier noch ein Unentschieden geben in der ersten Halbzeit. Und letztendlich dann ein 2 zu 1 für RB Leipzig. Also das ist mal so meine Prognose. Hier würde ich, ja, könnte man in der Halbzeit Endstandwette noch nehmen. Ich würde es hier aber mal rauslassen, weil Leipzig doch ein Ticken besser ist. Und von daher hier mein Favorit in diesem Spiel. Das sind jetzt mal meine Tipps gewesen. Ansonsten schreib auch gerne mal in die Kommentare deine Tipps. Ob du das genauso siehst, ob du das anders siehst. Gerne auch mit Ergebnissen. Ja, und ich wünsche mir auf jeden Fall gerne auch einen Daumen nach oben für dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Und ein Abo, wenn auch noch nicht geschehen. Und jetzt viel, viel Spaß und vor allem viel, viel Erfolg beim Wetten auf diese Spiele. Es wird eine richtig klasse Viertelfinale im DFB-Pokal. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Ich hoffe, du auch. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns. Mach's gut. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank.